Ob Teppich, Hartboden oder Möbel, ob feiner Staub, gröberer Schmutz oder Tierhaare, ein Staubsauger ohne Beutel entfernt Verunreinigungen dank Zyklontechnik mit gleichbleibend hoher Saugkraft. Das Beste daran, das lästige Tauschen von Staubbeuteln bei Bodenstaubsauger, Akkustaubsauger und Co. von Philips, Miele, Dyson und anderen Marken fällt weg. Das schont außerdem den eigenen Geldbeutel und die Umwelt. Hinzu kommt, dass beutellose Staubsauger meist leicht und handlich sind. Im Behälter, der in der Regel durchsichtig ist, bilden sich weniger unangenehme Gerüche und sie sind in der Regel leicht zu entleeren und zu reinigen. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Turbotronic TT-CV05 Staubsauger ohne Beutel Bosch BGS 5 FMLY 2 Relaxx Pro Family Staubsauger ohne Beutel. Der Turbotronic Staubsauger TT-CV05 ohne Beutel hat zwei HEPA-Filter. Er arbeitet mit 900 Watt und einer Saugkraft von mehr als 22 kPa, wobei es eine stufenlose Saugkraftregulierung gibt. Die integrierte Zyklontechnik soll eine sehr starke und effiziente Saugleistung ermöglichen. Der Zyklonsauger eignet sich laut Hersteller für nahezu alle Bodentypen wie beispielsweise Teppiche, Fliesen, Vinyl oder Hartböden. Dank der starken Saugkraft nimmt er demnach Staub, Schmutz, Speisereste und sogar Katzenstreu leichtgängig auf. Der beutellose Staubsauger hat eine Lautstärke von 78 Dezibeln dB sowie einen 3,5 Liter fassenden Staubbehälter, der dem Hersteller zufolge einfach per Knopfdruck über dem Mülleimer entleert werden kann. Demnach zeichnet sich der Zyklonsauger durch sein edles Design und die hochwertige Verarbeitung in auffallender Metallic-Lackierung aus. Große Aktionsradius und Multizyklontechnik, der beutellose Staubsauger hat einen vergleichsweise hohen Aktionsradius von 12 Metern. Das bietet bei der Arbeit eine große Reichweite und mehr Flexibilität, ohne den Stecker zu häufig umstecken zu müssen. Hinzu kommt die Multizyklontechnik für eine laut Hersteller effiziente Saugleistung, bei der 900 Watt eher mit 2200 Watt bei anderen Staubsaugern vergleichbar ist. Der Turbotronic TT-CV05 hat eine Teleskopsaugstange aus Edelstahl und ein 6 Meter langes Stromkabel mit automatischer Kabelaufwicklung. Der Staubsauger ohne Beutel wird mit einer Bodendüse, einer Parkettbodendüse, einer Polsterdüse, einer Fugendüse und einem Saugschlauch geliefert. Er ist 34 Zentimeter lang, 27 Zentimeter breit, 33 Zentimeter lang und wiegt 4,2 Kilogramm. Wie wichtig sind die verwendeten Düsen? Nicht jede Staubsaugerdüse passt für jeden zu reinigenden Bereich oder für jede Schmutzart. Während Kombidüsen einstellbar und deshalb für Teppiche und Hartböden geeignet sind, erbringen Parkettdüsen auf empfindlicheren Holzböden ihre beste Leistung. Zur Entfernung von Tierhaaren sind spezielle Aufsätze für Haustierbesitzer, oft als Turbodüsen bezeichnet, sehr effektiv. Auf Möbeln kommen am besten Polsterdüsen zum Einsatz und für kleine Spalten und Ecken die Fugendüsen. Mehr Informationen zum Thema liefert der Ratgeber. Das zweite Produkt ist AEG LX72 CRA Staubsauger ohne Beutel AEG LX524T Staubsauger ohne Beutel. Der AEG Staubsauger ohne Beutel ist mit der Zyklontechnik ausgestattet, die nach Angaben des Herstellers für eine effiziente Reinigung sorgt. Demnach ermöglicht das Easy-MT-System eine einfache Entleerung des 1,4 Liter Staubbehälters. Der LX72CR erhält 750 Watt und soll aufgrund des Silence Pro Systems sehr geräuscharm arbeiten. Die Geräuschentwicklung bei dem ProSilence Sauger beträgt 72 dB. Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang Der Zyklonstaubsauger kommt bei der Lieferung mit zahlreichen Düsen. Dazu gehören je eine Dust-Magnet-Silent-Bodendüse, eine Parkett-Pro-Hart-Bodendüse, eine Turbodüse sowie eine 2-in-1-Fugen- und Polsterdüse. Außerdem zählt ein Spezialdüsensitt zur Tierhaarentfernung zum Lieferumfang. Das integrierte Hygiene-Filtersystem Clean Air Filtration soll für eine saubere Abluft sorgen. Der LRG Plus Filter ist waschbar. Der beutellose AEG Staubsauger hat ein horizontales und vertikales Parksystem sowie ein Edelstahl-Teleskoprohr. Er ist außerdem mit einer Stoßleiste zum Schutz von Türen und Möbeln ausgestattet. Sein Gewicht beträgt 5 kg. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Däuber Staubsauger ohne Beutel AEG LX72 CRA Staubsauger ohne Beutel. Die Liste ist Däuber Staubsauger ohne Beutel AEG LX72 CRA Staubsauger ohne Beutel. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.